Gut gemacht, Nadine! Willkommen zu Skars 3! Wir sind wirklich hier, Scarcity! Hier passiert es, hier wird die Legende von Hauptin die Geschichte eingehen. Er geht mir auf den Sack Nummer 3,5 Millionen! Du weißt schon, weil ich denn heute Jump der Galarie-Region werde, kann ich den Typen bitte verprügeln? Ey, ich mache mich nur schnurstracks auf zum Stadion, jetzt wird richtig reingeklotzt. Wir sehen uns dann beim Skars Stadium, Stadion, Thürer, bis dann! Ich habe einfach Motherlord, ne? Klari! Kleine Schummlerin, du! Also Klari! Mensch! Schämen Sie sich, oder? Quatsch! Ich mache meine Pokémon wieder gesund! So, jetzt muss ich gucken! Ah, Klari! Also da habe ich ein Fililu, das ist ein Männliches. Habe ich das andere? Das tut sich immer um, heute zu errichten. Ah, ja, ihr wollt nicht mein Haus in, ähm, das sind es wir sehen. Hörschuf, Poli, wo geht man da mal? Hm, ne? Mhm, ja... Guck, 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 guck. ich habe ich im zweiten dritten und vierten teil gemacht ich glaube es sind hier ist jetzt das erste was ich wirklich spiele ich glaube ich hatte zwar irgendwann aus 2 oder 3 habe ich nicht so intensiv gespielt wie jetzt ist es 4 ja wobei sie später momentan kommen obwohl ich da unbedingt wieder reingucken müssen da ist ein fehl ich habe nicht ein sims alle erweiterungen die erweiterung sind mir einfach zu teuer wenn ich dann denke dass die teurer sind teilweise als das spiel selber ach da ist es also egal beide Fililu sind männlich sorry Narin du bist jetzt ein männliches Fililu da darf ich mich eingehen ich kann denke was heute los sein wird weil wir auch nicht zu machen im endeffekt sind gefühlt viele dlcs nur geldmacherei weil sag ich das jetzt dlcs sind halt zu 99 prozent geldmacherei egal von welchem spiel sei es dead by daylight sei es sims sei es eurotrack simulator sei es äh doa sei es oh Gott wie heißt es trackmania oder so Fililu ja wie gesagt du bist aber leider ein weibliches äh ein männliches Fililu obwohl du weiblich bist so ähm und jetzt weil ich würde nur sprechen ich hätte heute habe ich noch 40 minuten worauf aber was ist jetzt bei ich bin für einen tue ich habe eine kacknase ich aufs Magma, Krambo, Silvia und Italien. Mensch, mir Glück. Das ist der Bahn und die Blätten. Okay, der sieht. Nein, das. Ja. Habe ich. Scorch City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Ich will eine Rundreise durch die ganze Galar-Region machen. Was gibt es denn Besseres, als ins Riesenrad zu stellen? Ein Riesenrad. Puh. Ich habe es doch nicht so mit Höhen. Klari, 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 klari. Kein Problem. Ich mache das... Äh, ich werde es alles bei YouTube hochladen. Wenn ich es einiger mal geschnitten habe. Kram. Komm, wir machen, wir haben das zu tun. Ex. Also, du könntest es theoretisch alles mal nachgucken. Ich kann dir bloß noch nicht so sagen, wann es bei YouTube hochladen ist. Oh, man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Hossel Tower erreichen will. Okay. Okay. Wenn ein Pokémon steht, das hört auf Musik, gefällt ihm in den Song, sind sie nicht mal teilhalten. Okay. Ich steine mir nicht so oft die Kämmer fixiert, dass ich einfach nicht essen kann. Deshalb verdreue ich jetzt schon mal was. Ich würde mir hören, weil es ist, dass ich mich jetzt etwas wegen Geschmack habe. Okay. Erstmal umschauen hier so. Als Mal. Na, jetzt kommt der... Final... Also, jetzt kommt so gesehen die... Der, 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 der... Ähm... Ähm... Champions Cup. Der kommt jetzt noch. Trainiere lieber einen Commander, bis es irgendwann entwickelt wird, aber ich bin nun stärker. Ich will auch meine Reiner-Challenge mitmachen. Mit einem Glurak. Ich will auch einen Glurak. Boah, ich bin ein Glurak. Nein, du bist für mich. Du bist ein Idiot. Als erstes der Fan, da weinst du, wenn dein Lieblings-Trainer fehlt und singst dir die Seele aus der Hälfte, wenn er gewinnt. Verzeihung. Du lebst alle seine Kämpfer, als wären es deine eigenen. Boah, noch, Mann. Ich will deine Freundin anquatschen. Was muss man denn so machen? Das ist die Verkaufsung. Wobei, wenn du dich zuerst sie anquatschen bist. Ich hätte jemanden in der... Danke, Clary. Hallo? Ja, ich hab noch steuer und Tickets gerichtet. Komm rüber. Ja, Mann. Komm rüber. Bruder. Okay, das wäre jetzt mein Glück, als Verstand. Einen schönen guten Tag. Corona. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte nicht das Pokémon anquatschen. Ist doch toll, dass wir mit so riesigen... Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Wo ist das groß? Das wurde schlusset. Was? Dieses Pantimos heißt Alex und es ist super cool. Äh, ja. Ich krippe so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie eine kleine... Wie? Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Geh mal aktuell in die Supermärkte. Das sind die Konserven alle. Mein Pokémon ist super photogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt, ist er mal extra süß. Ah, ja. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Let's true. Man kann voll sehen, wie sehr Delion den Kampf liebt. Guck dir nur an, wie er dabei lächelt. Lächelt die auch gleich an. Wenn man tränen ist, kann man überall auf der Welt Leute heraus. Das ist so cool. Ansichtssache. Äh, ich hab ja noch nicht einmal unter... Äh, wie war's das heute? Sechs putzen und gleichstehlich zu drehen. Bayern? Ich bin auch ein Legios. Ich bin ein Legios, ich bin auch ein Legios. Ich bin ein Glurak, ich bin ein Tronobdor. Ich hab ja keine Ahnung. Äh, die kutschen halt zu viel eigentlich. Äh, wie viele von den Besitzungen wusste er eigentlich? Geahnung. Was er hat es geschafft? Die Stadt mit seiner Investition und so weiter. Was haben wir das? So, ich hab ja vielleicht... So. Ich bin schon viel länger an. Okay. Ich bin schon viel länger an. So, was machte ich noch lange zu einem besseren Fall? Oh, wow. Schlagt euch doch die Köpper ein weiter. Man hat gerade versucht, bei der Arbeit blau zu machen und wurde vom Schäfer geschnauzt. Ja, gut. Findest du denn nicht aber zurecht, Nadine? Wenn wir von Mary bekommen, gerade ihn. Ich werde es hüten wie in meinen Augen abfüllen. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn meine Mitarbeiter blau machen würden, blau machen wollen würden, ich finde es ja wischen. Schlägerei! Nein, eigentlich nicht, aber... Ach, man war schneller. Auch wenn das schon bei... Gott sei Dank. Warum das? Oh Gott, auch noch Häuser. Ich muss Menschen nerven. Nö, nö, okay. Noch nicht. Was macht das Ressler Dero auf dem Bücherregal? Toll, Ressler Dero, echt super, aber versuch doch nächstes Mal noch etwas entschlossener zu sein. Wollte ausschlafen. Wer will das nicht? Ausschlafen ist immer toll. Tag, du Heinz. Oho, ich sehe, hast du ein Smart Rotom und ein Fahrrad. Du weißt bestimmt schon, dass Rotom gerne verschiedene motorisierte Bericht. Wird schon, ja. Weil du wissen willst, wie das funktioniert. Kämpfen? Kämpfen gibt die Mieter. Äh, du wirst gleich Bauklötze stauben. Ich zeige dir, oh Gott. Pokémon und Kohn. Klar, den Club muss mir hergucken. Rautom. Rautom. Fionontor. Der ist, er trifft. Eisodem. Eisodem, der vernünscht du. Bam! Ich fand's super. Glaube ich dir, Clary. Wann hättest du es ja nicht geklappt? Äh, ich steig mich. So muss man politisch reagieren. Ich guck's mir gleich an, Clary. Hätt' ich es gehabt. Wobei. Scheiße! Äh, ich hab vergessen. Stahlos ist ja ein Stahl-Pokémon. Ach, verdammt. Welche Gute? Stahl. 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 BAM 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 Egal, aber weitermachen Oh Gott, das war denn die Waschmaschine? Ich hab Wasser Das war hier Ah Oh 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 besiegt aber roten er doch seinen typ unserer tanken wenn es die form wechselt und was alle alle meine roten besiegt bei dir ist dieser katalog besser aufgehoben in roten katalog wenn wir tun faszinierend und es kann verwehtun wenn einem so deutlich vorangeführt wird wer der gewinner und wer der verlierer ist aber es ist auch eine gute chance sich ein bild von der eigenen stärke zu machen ein pokémon picknicken das ist nicht zu laut das gesundheitsamt gerne nach hause in quarantaine wer wohnt in dem jungen gesein haushalt ich wohne bei meiner mutter ich suche nach einem motinever hast du dir eins wenn der täuscht wird gegen duralu und mann der roten typ stimmt er lässt alles die roten machen ich habe keine Zeit mehr alle Bücher im Regal noch mal zu lesen deswegen erfreue ich mich stattdessen an dem Eindruck die hochkommen wenn ich mir die Bücher rücken anwählen stimmt mein Vulcanus jedenfalls fitter als je zuvor Puh ich glaube bei einer Runde durch die Score braucht man so viele Kalorien wie bei einem naja vielleicht nicht ganz so viel aber vorne verletzt man unterwegs das ist der Typ oh Gott wenn ich es schaffe im Finale auf dem großen moment im Stadion zu scheinen wird das mein Welt weltweiter Durchbruch das mit dem Bücher rücken nein klar nein das muss man nein das nein ich halte hier alles sauber damit die Blumen besser zur Geltung kommen ahja ich denke dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet ahja es gibt immer mehr Tränen die in Gemkämpfen sehen und dadurch richtig angesprochen werden das macht die Kämpfe viel aufländer ahja wenn das Turnier in der Gemcamp losgehen kommen Menschen und Pokémon immer her ist es wie ein großes globales Fest irgendwie da man mit Menschen weil wir viel zu viel bei der anderen arbeiten beide als Liga angestellt deswegen sind sie nie zu Hause wenn der Gemkämpf und sich langweilig bis hier mein Beileid Mädchen echt mein Beileid ja nur noch das das ich werde hier nachgehen das kommt nicht mich auch aber was da habe ich nicht noch hören sagt mir die Leute von öffentlichen vergessen und schädigem Fluchtabschutzung ja eigentlich falle ich mich jetzt nicht hin und ich möchte diesen Ball also gibst du mir jetzt diesen Ball krass war ne ahja ok gegen Pokémon gegen Pokémon die das Wetter verändern setzt sich an diesem Pokémon-Motor ein ins Ziel rein ok woher lebt es denn die Kämpfe mit Sancht und ja hab ich gemerkt so müssen wir mal eine ultimative Attack nachher möchtest du das ich eigentlich noch ah ich weiß sogar Mensch hat okay aber bekommt grad was Thürer will Gras aber bekommt grad klar den verstehe ich nicht es tut mir leid ach so jetzt habe ich verstanden Thürer will Ball aber bekommt Gras jetzt habe ich oh wow es tut mir leid da so krank wicke es hear hier mal mal hinterher hier scherz wie gerett kathol dort ist trotz der leute aus kanto und galatens für vorher für schlange stehen später die ganze die hat die katze zu zu gewünscht Posi es ist doch schön zu sehen es ist ein Spaß Aha, aber Schnadel. Hallo Rainy! Hallöchen Rainy! Hallöchen, 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 Puppüchen! Krieg und Petra, sie TV ist in der Fall. Der Film stammen! Ich sie habe noch nie Because of the Denkant якasen in der alsope Internetserad quatscht aus. Das ist alles und das ist allemer. H solemn zurückkehren! Oh, da fällt irgendwann aber so ein, weil du gar nicht hiebst. So, jetzt ist es richtig. Du hast ja den Job ausgesprochen, mein Freund. Ja, hab ich. Und sobald ich einen Feuerstein habe, werde ich es zu einem Winona entwickeln. So wie du das gerne wolltest. Rainy, zum ersten... Es gibt hier keine, äh, es gibt bei Pokémon Schild keine, äh, Alola-Wulpix. Zum zweiten, du hast es dir selber ausgesucht. Du wolltest ein Wulnona sein. Also muss ich jetzt gerade ein Wulpix nach dir benennen. Damit es sich später zu einem Winona weiterentwickelt. Als ich dich in deinem Stream gefragt habe. Ja. 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 Drei. Oder oder. Das geht so courtierbar aus. Wenn du denkst, werde ich imressing. Dann halt einfach, Alter beцев medicinal. Es ist gar nicht. Ich habe welche. Du bist Summit im Rami redond. 1 2 3 ok wird weiterentwickelt wer ist denn das fünf millionen städte ich kann ja noch fangen auch die benennen wenn du unbedingt möchtest und es gibt keine eis wohl pics in pokémon schild ich habe mich auf meinem zettel aufgeschrieben wer was sein möchte und bei mir steht bei dir wohl nun doch ich zieh doch gar nicht das würde mir ganz anders aussehen anfangs war eigentlich nur mein sohn ein Fan von Deleon aber ich fürchte jetzt hat es mich dass Deleon wir aber auch erwischt Glorox, Dyna, Brand unterscheidet sich von den anderen Pokémon es wird mich so hart ficken klar du solltest deinen Arsch da lassen wo er ist wird es uns unbequem beim sitzen und der Champ Deleon das eine das an das ist doch klar Superstar Deleon du bist und bleibst unschlagbar Gesundheit meine Schwestern sind den ganzen Tag nur Deleonsfernlieder mein Beileid Willkommen Challenger, gib alles Willkommen Challenger, gib alles Willkommen Challenger, soll mal richtig krachen Willkommen Challenger, soll mal richtig krachen Nee Kini Här